Mein Name ist Obo Gautschal und ich arbeite als Pfarrassistent in der Pfarre St. Severin in Salzburg. Und wir merken alle, diese Epidemie ist nicht leicht. Sie trifft uns mitten ins Herz. Sie trifft uns mit der Frage, wie soll das Geld nicht weitergehen? Wie soll ich mein Geld verdienen? Hat es überhaupt noch Zukunft? Geht meine Selbstständigkeit den Bach runter? Wie steht es um meine Beziehung in den eigenen vier Wänden, in der Familie? Wie steht es um meine Beziehung, die ich nicht mehr in der Nähe spüren darf? Es trifft uns mitten in unserem Alltag. Was darf ich noch? Was darf ich nicht? Und es ist mir ein Text untergekommen, der mich sehr beeindruckt hat und der mir einen neuen Perspektivenwechsel eröffnet hat in dieser Epidemie. Corona ist eine Chance. Nein, die Wahrheit ist, dass Corona nur den Tod bringt. Dass es uns zerstört. Dass Corona uns alles nimmt. Ich glaube nicht, dass Corona unsere Rettung ist. Dass es uns erwägt, uns entschleunigt. Dass Corona durch Distanz zeigt, wie wertvoll Nähe ist. Es ist doch so, dass Corona uns voneinander entfernt, uns in den sozialen Abgrund stürzt, uns vernichtet. Dass Corona uns einsam macht. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass Corona uns zeigt, worauf es im Leben ankommt. Dass wir menschlicher werden, zusammenhalten, einander denken, dass wir nachdenken. Es ist doch offensichtlich, dass Corona die neue Pest ist. Dass wir alle sterben werden, dass dies unser Ende ist. Es wäre gelogen, würde ich sagen. Corona bringt uns zusammen. So oder so ähnlich führe ich Gespräche am Telefon. Das sind die Antworten, die ich höre. Wo ich einfach das Gefühl habe, boah, da ist echt ein spürbarer Karfreitag irgendwie da. Und doch möchte ich die Perspektive eröffnen zu Ostern. Wo es um die Auferstehung geht. Wo es einfach noch einmal darum geht, alles verändert sich völlig neu. Das ist ein Geschenk, wenn man das sehen kann, wenn man das eröffnen kann, wenn man diese Hoffnung hat. Dieser Text mit den gleichen Worten, mit den gleichen Sätzen hat mir diese Perspektive eröffnet. Ich lese ihn noch einmal von unten nach oben. Corona bringt uns zusammen. Es wäre gelogen, würde ich sagen, dass dies unser Ende ist. Dass wir alle sterben werden. Dass Corona die neue Pest ist. Es ist doch offensichtlich, dass wir nachdenken. Aneinander denken. Zusammen halten. Dass wir menschlicher werden. Dass Corona uns zeigt, worauf es im Leben ankommt. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass Corona uns einsam macht. Uns vernichtet. Uns in den sozialen Abgrund stürzt. Dass Corona uns voneinander entfernt. Es ist doch so, dass Corona durch Distanz zeigt, wie wertvoll Nähe ist. Uns entschleunigt. Dass es uns erweckt, dass Corona unsere Rettung ist. Ich glaube nicht, dass Corona uns alles nimmt. Dass es uns zerstört, dass Corona nur den Tod bringt. Nein, die Wahrheit ist, Corona ist auch eine Chance. Diese Chance, diese Perspektive, dieses offene Herz wünsche ich Ihnen auch in Ihrer Katastrophe.